Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten FIFA 15 Video. Heute haben wir ein kleines Infovideo geplant, der Felix und ich. Wir werden jetzt ein Spiel gegeneinander spielen. Ich bin der blaue Controller, er der rote und ihr seht es vielleicht schon. Wir spielen auf der Xbox One. Next Gen ist da, liebe Leute. Richtig geil. Hat alles super geklappt mit Lieferung, Aufbau, Installation. Jetzt drücken wir dreimal zufällig hier bei Land und dann auch dreimal bei dem Verein, sodass wir dann mit ganz zufälligen Teams gegeneinander spielen werden. Ich bin in England. Zweite Liga. Ja, nicht ganz so gut. Aber dann nochmal. Drei. Ihr wollt euch doch verarschen. Meine Fresse. Okay, dann drück ich jetzt eins, zwei. Spanier erst. Soll ich das jetzt lassen? Nein, mach. Muss ich dreimal? Ja, du musst dreimal. MLS, okay. MLS, okay. Nicht schlecht. Eins, drei. Ah, okay. Bisschen besser, auch nicht ganz so toll. Nicht mal 50 Pace. Ich spiele in den... Lassen wir einfach noch weiter. Ich spiele in den roten Trikots. Ich in die gelben und ja. Dann gehen wir rein. Ja, dann... Was haben wir für FIFA 15 geplant? Ich werde eine Karriere machen am Anfang mit Borussia Mönchengladbach. Dann wird es nochmal eine Serie geben. Nicht ganz so wie die Faust politisch Mönchengladbach. Was ich ja einige... ...die wir trotzdem ganz geil werden. Und zwar werden wir mit einem Spieler... Mit welchem Spieler? Das werdet ihr dann sehen. Das sind wir selber auch noch nicht genau. Erste Folge raus ist. Und zwar werden wir dann durch die Vereine... ...verschiedener Ligen aus Europa gehen. Und dann... Ja, mit den Vereinen ein kleines Game zu machen. Ein tolles Fußballspiel. Und ja, das kann mich nicht überlegen. Da wird es dann, denke ich mal, so jede Woche oder so. Ja, aber das steht noch nicht ganz auf festen Beinen. Das wissen wir noch nicht genau, ob sich da was ergibt. Aber so wie es ausschaut, wird es da auch noch eine kleine Serie geben. Dann, was wollen wir noch machen? Ja, Squadbilder, ganz klar. Pack Openings wird es auch geben. Wahrscheinlich. Ich habe auch noch eben eine Serie geplant. Neben Karrieremodus weiß ich noch nicht genau. Ich weiß es nur nicht, muss ich mir noch was überlegen. Aber da wird es mit Sicherheit noch eine Serie geben. Ja, wir nehmen jetzt auf mit der Elgato Game Capture HD. Wir haben uns noch dazu gestellt zur Xbox. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also es ist wirklich einfach, auch mit Videos schneiden. Das werden wir wahrscheinlich auch machen bei den Serien oder Karrieremodus. Wir werden die Spiele schneiden. Dass es für euch ein bisschen spannender wird. Wir werden natürlich live kommentieren. Aber wir werden die Videos schneiden, sodass es nur die Highlights gibt. Dazu ist es vielleicht nicht ganz so langweilig. Ja. Mitverfolgen ist dann noch ein Punkt. Es wird Gott sei Dank nicht mehr so wie in der letzten Serie nicht mehr so krass lecken. Das lag einfach daran, dass der PC nicht mitgespielt hat. Der Lektor mit aufnehmen und spielen und alles zusammen. Das war ein bisschen zu viel. Aber jetzt... Und ja, ihr seht ja jetzt seit hier schon, was das für eine Qualität ist. Ich denke einfach mal viel, viel besser als letztes Jahr. Und ja. Also ich habe richtig Bock jetzt muss ich sagen auf FIFA 15. Es kam ja, wenn wir jetzt aufnehmen, gestern raus. Also heute ist Freitag. Und Achtung! Gestern kam es raus. Und hier. Gute Grätsche. Ich habe dich gekämpft. Welchen Team spiele ich eigentlich? Ihr Mann spielt oder sowas? Also das sind jetzt auf jeden Fall die Dinge, die wir festgefallen haben. Was erzähl ich, du Scheißgeber? Das haben wir festgeplant. Meine Fresse, ganz ehrlich, du bist doch echt zu blöd. Das haben wir festgeplant. Vielleicht kommen auch noch andere Sachen, das wissen wir noch nicht genau. Okay, mach ich jetzt das 1.0. Ich finde, es ist sehr glücklich. Ist doch fast der Appotier. Ich glaube, das war der Kopf, oder? Nein. Nee, die Schulter an dem Kopf. Also ihr seht schon überrascht. Das war's. Hat die A nicht angekündigt, die Fieber soll richtig OP sein? Ja. Ach fuck. Wurdest du denn grad? Ja, wollte ich. Ach. Kannst du eher nicht? Ja, dann auch nach hinten los. Adi. Ich liebe ihn. Das war streblich, den Schuss kommen zu lassen. Warum taten sie die Quitter? Und der Keeper, der liegt schon am Boden, bevor der Ball rüberhinkt. Der Distanzgefährlich ist. Spielclub aufgezeichnet. So toll war das Tor. Was für ein Ding. Ja, also wir spielen auf der Xbox. Haben wir schon gesagt. Richtig geil. Weil es war so, wir haben beide die Demo runtergegangen. Und dann haben wir gemerkt, es ging nix. Oder es ging schon was, aber es ging halt irgendwie. Und da haben wir nachgeschaut, was die Bedingungen seien. Und dann haben wir gemerkt, oh je, vielleicht ein bisschen stumm. Ja, und dann hast du dir überlegt, neuer PC oder Xbox oder halt Konsole. Ja, jetzt hat er den Platz, den er braucht. Sind wir dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die Xbox mehr Sinn hat. Zum Ersten, also für mich zumindest, weil es deutlich billiger ist. Für einen gescheiten PC, da haben wir 800 Euro aus. Die Xbox, ja, das war so ein Bundle. Auf Amazon haben wir das bestellt. Beide. Ja, ober, zwei kurze. Xbox One plus FIFA 15. Ja, also mit der Flanke kann er nix anfangen. Bei 399. Dass er zu klein ist, sondern, wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter. Ist okay. Hätte, kam gestern, noch ein Verkick gegeben. Bei, was war es? Ja, es war Technik-Fragen. Beim Saturn. Sind wir im Werbekanal? Ach, ganz ehrlich, das Spiel ist ver- Ach, scheiße. Ich schmeiß das Mikro nicht um. Meine Frisse. Du bist einfach schlau. Ja, und da gab es mit Forza 5 noch, plus FIFA 15, plus Konsole, zwei Controller, auch für 399. Haben wir... Ist mir jetzt egal. Ich nicht. Das war ja auch wieder die beste Aktion. Ich habe es drei Stunden vor Felix bestellt. Und wann kriege ich es? Er kriegt es am Mittwoch, kurz vor vier. Ich kriege es am Donnerstag, kurz vor fünf. Natürlich. Bei mir ist jetzt FIFA noch nicht ganz fertig. Meine Fresse, ihr habt auch einen Schuss von haltem Oma. Und... Ich kann überhaupt nicht spielen. Das ist jetzt heute meine erste Runde FIFA. Überhaupt. Das war auch noch ein Kriterium für die Xbox One. Das war auch noch ein Kriterium für die Explosion, weil ich habe das Gefühl, Microsoft wird von EA ein klein bisschen bevorzugt. Wir haben ja auch nicht so einen Vertrag oder sowas. Ja, mit Legenden und... Hast du nicht gesehen? Also da gab es... Äh... Ja, gibt es viel, was einfach dafür spricht. Das ist peripherisch. Das Microsoft ein bisschen mehr... Ja, hier sieht man auch eine Neuerung. Wunderbar ins leere Grätschen. Das ist klasse gemacht. Mit allem... Den neuen Trick nicht. Ja, aber wenn ihr euch jetzt seitdem fragt, die Legenden sind natürlich auf der Xbox da. Microsoft wird bevorzugt. Und das war dann schon ein bisschen das Entscheidungskriterium, der Xbox One zu holen und nicht die Playstation 4. Das ist ja eine Gefahr. So langsam wird es ein bisschen sehr hochseitig. Ja, aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Also ich hatte schon mal ein Windows Phone. Und da sah es wirklich... Das Ding ist schon so gut wie gewonnen. Anzeinstand 3 zu 0. Kacheln. Wenn die jetzt mal nicht so gefallen haben. Hat gerade erst begonnen. Aber eigentlich ist die Partie schon so gut wie... Ich kann sagen, wie das alles aufgebaut ist. Man findet sich auch gut zurecht, finde ich. Ja, und? Und ein weiterer Vorteil ist gegenüber... Und jetzt wird uns dieses schöne Ton noch einmal kredenzt, Burschi. Wie, das darf man nicht. Klarer. Gratis-Tags abstauben. So macht die Balleroberung Spaß. Was denn? Ist doch so. Oder nicht? Äh, ja. Man kann es auch für andere Dinge verwenden. Aber... Jetzt läuft es mal gut. Sie kombinieren hervorragend. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Das könnte was werden. Der könnte passen! Alter, ihr... Ganz ehrlich, ihr seid doch echt zu blöd zum Scheißen. Ja? Nein? Was soll das denn? Ihr könnt nicht mal das leere Tor treffen mit so einem Scheiß-Keeper hinten drin. Das ist mir egal, wer das ist. Das ist Talambus oder irgendeiner, aber nicht was. Der Ball da durch die eigenen Reihen. Und es nicht geht, wenn meine Spieler auch scheiße sind. Scheiße. Jetzt schmälern nicht die Leistung von mir, das ist ja wohl. Ich bin gerade im Moment drüber, geht auf. Du Pussi. Meine Fresse, jetzt ist der Ballett. Der verletzte. Warum spielt der nicht? Ah, der hat... Wechselst du jetzt nicht? Doch, ich wechsel. Wieso? Warum? Ein super Timing, er geht dazwischen. Und nennen den Gegner den Wind aus den Segeln. Ich habe gerade gesehen, dass... Was machst du denn da? Bist du genehmt? Junge! Jetzt ist es frei durch. Muss ein Wurf geben. Wie wird der Torwart ausgewechselt? Warum? Weiß ich. Hat man doch schon die Änderung gesehen. Ja, wenn ich so. Super. Jetzt habe ich dir schon mal ein Wusch. Ich komme immer wieder durch und dann sind... Jetzt wird das Bremschen gelb. Das Tor zu treffen! Ich habe gesagt, der Torwart ist viel besser. Meine Fresse, ich habe auch ein Päden nicht. Aber da habe ich mich schön drauf gespielt. Aber da habe ich mich schön drauf gespielt. Das ist auch noch ein Ziel von mir. In FIFA 15. Schaffst du nicht. Es geht schon… Oder halt so ein bisschen skinn zu werden. Aber ich werde es versuchen. Aber ich werde es versuchen. Ja, voll am Küken. Wunder. Fickt und dann ist er drin. Na ja. Können wir noch irgendwas sagen? Zu viel für 15. Wie gefällt es dir denn? Alles gut? So, komm noch mal auf. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist wahrscheinlich. Alex Fischer. Ich halte mein Team nach vorne. Ja, wir arbeiten an der Feinjustierung. Mal die Fackel. Warte mal. Gutes, schnelles Passspiel. Das ist aber jetzt zu. Was ist ein Schuss? Was eine Technik. Ich habe Fischer. Jawoll, gepackert. Gepackert. So, weiter geht's. Fischer. Bisse, Mann. Das gibt's doch nichts. Das kann doch nicht wahr sein, dass du den schönen Panner anschauen. Der Torwart. Durch die Beine. Wie schul springt er denn dahinter? Fabulous. Fabulous. Ehrlich. Ehrlich. 3, 2, 0. Alter, fick dich. Nein! 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 Würde er den Ball am liebsten gar nicht mehr hergeben. Nein! Kann er sich den Ball... Ah! Er wollte jetzt die Fischerns alleine. Und ganz lang. Und dann ist der Ball weg. Das sieht aus wie Training. Perfekt! Nix, Fischer. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Möglichkeit jetzt! Und jetzt! Nein! Der wär schon wieder fast drin! Scheiße! Ich bin jetzt übrigens auf... Abwehrriegel. Was, Ecke? Wieso? Seid ihr gelähmt? Komm mal her. Was ist das denn? 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 Nein! Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Alter. Also das ist einfach nicht zu warten für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketbares. Jawohl der Ball. Wollte ihn doch. Im Mittelpunkt. Jaaa! 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 Und die Flanke abgefangen! Jaaa! Und die Flanke abgefangen! Spannender als ich wollte! Fuck! Nein! Bist du ein Holzkopf! Nein! Scheiße! Nein! 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 Braun! Boah! Schlimme Gretchen! Vorne ist sofort! Nee! Komm! Nimm ihn dir! Ich finde es übrigens extrem geil wie manche Spieler bei Fouls. Der könnte passen! Na! Vorbei! Fünf Minuten Nachspurzeit! Auf den Fischer! Auf den Fischer! Auf den Fischer! Nein! Auf den Fischer! Jaaa! Vollidiot! Meine Presse! Vollidiot! Ich habe so viele Chancen! Und du hättest! Ich weiß! Du musst dich fairerweise tun! Jaaa! Nein! Jaaa! Glücklicher Sieg! Naja! Das Spiel endete 3 zu 2! Jaaa! Will ich auch mal sagen! Jaaa! Aber in der ist nicht! Freundschaftsspiel gewonnen! Hier! 17 Schüsse für mich! 17 Schüsse für mich! Jaaa! Effektiv! Jaaa! Effektiv! 10 aufs Tor! Okay! Das war es mit dem ersten FIFA 15 Video! Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da! Lasst ein Abo da! Wenn ihr mehr von FIFA 15 sehen wollt! Und ja! Dann sehen wir uns bei allem der nächsten! Bis dann!